Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown-Part. Wir spielen wieder heute in verschiedenen Generationen. Ich weiß, dass wir das derzeit öfters machen, aber mir macht es gerade am meisten Spaß und die neuen Pokémon kommen ja erst in drei Wochen oder vier Wochen erst heraus. Deshalb dachte ich mir, wir spielen jetzt mal ältere Chains, denn dann dauert es wieder ein bisschen länger, bis wir wieder die anderen alten Chains spielen werden. So, ich habe jetzt eine Weile Gen 4, Gen 5 gesucht, eine halbe Minute und nichts gefunden. Dann habe ich bei Watch Battle gesehen, dass gerade sehr viele Leute Gen 3 spielen, also werden wir auch Gen 3 spielen. Ich habe auch Lust, Gen 3 zu spielen, denn da gibt es ein paar Teams, die ich noch nicht verwendet habe, die ich gesehen habe, aber unbedingt verwenden will. Das ist das erste, Choice Band Metacross, ganz normal, mit etwas Speed, ein Beat-Up-Overheat-Jerizard, okay, interessant. HPIs, Ken-Focus-Punch und HPI statt Crash. Dann ein speziell offensives Swamp-Part, aber jetzt kommt es mit Fluch für Erdbeben. Interessant, ob das funktioniert. Dann ein speziell offensives Venusaur mit Sleep-Porter, Leech-Seat, Razor-Leaf und HPIs, der Speed ist interessant. Dann ein Drachentanz-Despoter mit etwas, Spezialangriffs-Investiment mit HP Crash, okay. Und zu guter Letzt noch ein Salamence. Auch wieder Drachentanz. Beat-Up stört mich gerade, finde ich das nicht irgendwie useless. Ich habe zwei gute, drei gute physische Warbreaker. So, in der erste Runde gehen wir gleich auf Explosion. Suicune ist eine Bedrohung für unsere anderen Pokémon, für unsere D-Dancer. Jetzt gehen wir einfach mal in Charizard. So, sind wir mit Charizard eigentlich Full-Speed? Ja. Dann können wir hier gleich einfach mal Overheat drücken und das Selby One-Shotten. Sehr schön. Raikou. Raikou. Wir gehen jetzt einfach mal in Venusaur. Normalerweise spielt man ja das Ding. So, ist das ein Sub-Pokémon oder nicht? Wir gehen einfach mal auf Igelsamen. HP Ice statt HP Crash. Gut zu wissen. Dann gehen wir so ein Packs und drücken. Ja, beam. Normalerweise spielt man ja das Ding mit HP Crash, oder? Okay, P2. Dann hat er noch einen Dick-Tree. Gut, warte mal. Kenne ich das Team nicht? So, P2 physisch defensiv. Das ist so ein ähnliches. Oh, das spielt man mit HP Crash. Interessant. So. So. Wir gehen mehr Fluch. Der kann jetzt eigentlich nur Ice Beam gegen mich. Oder Toxic. Ich bin gerade ein bisschen fasziniert. So, wie viel macht EQ? Das ist guter Chip, aber durch das Toxin müssen wir nun raus wechseln. So, wir gehen einfach mal in Charizard, drücken Flammenwurf, machen guten Schaden. So. So, wir drücken jetzt immer Flammenwurf, warte mal. Flammenwurf macht 39%. Ähm, Overheat ist stärker. Ich muss jetzt kalken, wie viel Overheat macht Kalk. Overheat hat er schon gesehen. Ein Pokken muss ich opfern und das wird wahrscheinlich Charizard sein. Ediwie Charizard. Special Attacker statt Overheat. Gegen ein. Poryon. 2 OU. Macht zu 68%. Okay, wir mieren. So, das ist jetzt nicht so gut. Okay, wir überleben und jetzt drücken wir Overheat. Ein Pokémon stirbt ist safe. Okay. Wir gehen in Tita, drücken Drachentanz. Das ist traurig. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Dickdreh, okay. Wir drücken hier ab eben. Können das Ding One-Shotten. Okay, das war nicht Full-Speed. Okay, freut mich. P2 Sandstream. So, wir haben noch eine Lumberry. Er könnte gerade uns das Game geschenkt haben. So. Flinch. Perfekt. Das gehen wir auf EQ. Dass die Attacke safe trifft. Toxic. Wir haben eine Lumberry. Und vielleicht hätte er noch Claydoll in der Hinterhand. Aber das wissen wir nicht. Sehr schön. Ja, dann suchen wir mit diesem Team noch einen Gegner. Gut, Zapdos. Hier gehen wir gleich in Bisa-Floor. So, hat er Dickdreh gehabt oder... Slacking, okay. Der wird auf Nemo in Normal-Attacke gehen. Wir gehen in den Metagross. Huiuiuiuiui. Die Attacke macht Schaden. Gut, wir gehen auf... Explosion. Und er verliert sein eigenes Metagross. Das war eigentlich gut für uns. So, jetzt gehen wir in Bisa-Floor. Ja, in Slacking, okay. Das ist ein bisschen dumm. So, wir gehen in Tita. Double Edge. Critted. Der Crits, der war notwendig. Sage ich euch so. Cherizard. Flammenwurf. Gut, so, hier gehen wir jetzt einfach mal in Sumpex. Oh, dass wir Tita verloren haben, ist schlecht. Warte mal, kann unser Salamence... Rocksled. Das ist das Wichtige. Sonst können wir den Gaius Game schon... Aufgeben eigentlich, da wir nicht Zapdos breaken können. Okay. Pursuit, gut. So, hier gehen wir einfach mal auf Surfer. Nicht auf RP, man könnte in Zapdos gehen. Und wir haben auch mehr. So, der geht hier safe. Wir gehen hier in Cherizard. Entweder HP Grass oder ja. Perfekt. So, jetzt können wir einfach mal auf Flammenwurf gehen. Overheat hat... Okay, Flammenwurf. So, wir gehen auf Overheat. Tita bekommt Null Schaden. Ah, rauswechseln kann ich auch nicht mehr. Okay, Overheat. Ja, will... Mag mich in diesem Part nicht. Glaube ich zumindest. Das ist Chip, den nehme ich. Jetzt gehen wir in Sumpex, drücken Ice Beam. Oder wir gehen auf Surfer. Crunch. Okay. Jetzt gehen wir auf Ice Beam. Ice Beam. So, der wird jetzt in Zapdos gehen oder er geht in Slacking. Er geht in Zapdos. Hier gehen wir auf Ice Beam, Predicting, Baton Pass oder auch nicht gut. So, aber... Jetzt können wir in Vino gehen und einfach mal Sleep Powder drücken. Gladol, okay. Dann können wir hier... Leech sie drücken. Er geht in Salamence, okay. Sehr schön HP Ice. Vielleicht geht er auf D-Dance. Ja, das ist auch mein erstes Mal, dass ich Visaflow mit HP Ice sehe. Ist fancy, muss ich schon sagen. So, Slacking, gut. Razor Leaf. Oder Leech Sieg. So, Double Edge. Bitte kill dich nicht selbst. Danke. So, jetzt können wir in Salamence gehen, Drachenzanz drücken. Gladol schließt, hat noch keine Runde geschlafen. Das ist jetzt ein Free Drachenzanz. So, HP. Für dich. So, der muss genug schlafen. So, können wir den Two shotten. Jawohl, sehr schön. Er schläft eine Runde. Safe, sehr gut. Okay, dann hätten wir diesen Kampf auch gewonnen. So. Dann suchen wir uns mal eine andere Gen. Ich würde sagen, Gen 5. Mit dem Regenteam wieder. Auf jeden Fall, das ist ein cooles Team, muss ich sagen. So ein offensives Visaflow sieht man jetzt nicht so oft. So, weg mit dir. Sehr schön. Und für das Zapdos haben wir einen Rockslide, wenn der trifft. Gut, dann hätten wir diesen Kampf gewonnen. Yay. Gut, der nächste Gegner. Habt ein Regenteam. Er hat fast das gleiche Team, außer dass er statt Tentacruel ein Hurricane Spam hat. Nein, ich wollte nicht mit Tentacruel anfangen, damn it. Ich wollte mit Pharoah anfangen. Hier gehe ich in unser Thunderous. Thunderbolt. Wir gehen auf HP Ice. Erdäht sich, dass ich vielleicht... Wir gehen in Pharoah. Wir gehen in Pharoah. Ist Tentacruel in diesem Kampf gut für Keldio zum Beispiel? HP Ice? Ja, gut. So, die Rocks will ich gleich legen. Nasty Plot. Ist der Sash? Das ist die Frage. Wir gehen auf Nock, wenn er sich weiter Setupen wollen würde. Notfall, dass wir den dann One-Shotten können. Werden wir nicht erfahren. Gut, so. Keldio ist schneller. Specs mit Surfer, während wir den One-Shotten. Hoffentlich ist er nicht Sash. Wir können das Ding nicht mal One-Shotten. Okay. So, hier drücken wir jetzt einfach mal Surfer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich spiele nicht so oft Regenteams. Das sieht man, glaube ich. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich mit einem... Mit so einem Team, wie ich hier spiele, gegen ein gegnerisches Regenteam spielen will. Kann. Ich glaube, ich darf den nicht so offensiv spielen. Okay, denn den können wir. Lieben den Kampf. So, der nächste Gegner hat ein Ramoth, Floatel, Scrafty, Metagross, Lanrus Tee und Funderus Tee. Gut, wir holen den Regen raus. Also, ich habe noch nicht wirklich viel Gen 5 gespielt. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wie man wirklich mit gegnerischen Regenteams umgeht. So, hier gehen wir einfach mal in Latios. Hat Floatel Zwift, das ist die Frage gerade. Spielt man das mit Zwift, ich glaube schon Solatios kommt rein. Tee-Ball, tanken wir natürlich die Para, wie soll es denn sonst sein? Trako-Meteor, Floatel, bitte kommt durch. So, wir gehen jetzt einfach mal in Ferrothorn. Der Gegner kann keine Hasselts empfehlen, das ist mal gut. Eisbanschmann macht Nullschaden, sehr schön. Wir holen mal die Rocks raus, der Gegner geht in Volcarona. Und wir gehen in Callio. Surfer. Warte mal, wir sind ja nicht Scarf. So, das ist ein One-Shot. So, Funderus. Wir sind schneller. Der ist Scarf, sagen wir einfach mal. Wir gehen in Funderus. Er hat eine HP Crash, oder was? So, das heißt, wir können Free Delegator drücken. Der hat nichts, um uns zu treffen. Er hat auch wirklich nichts, um Latios zu treffen. Das ist gut. Und ein Free Delegator ist ein guter Delegator. Also Floatel kommt rein, okay. Delegator, sehr gut. Wir gehen nun auf Donner, Icebansch, okay. Jetzt hätten wir sein potenzielles Swift Swim Pokémon besiegt. Man darf ja Swift Swim User haben, wenn man kein Regenteam hat. Hier gehen wir in Lando. Das sieht für mich aus. Okay, der ist nicht Scarf. Dann gehen wir auf Knock-Off. So, wie konnten wir den Life-Up hitten? So, EQ macht jetzt nicht mehr so viel Schaden. Power Whip macht guten Schaden. Sehr schön. So, Knock-Off. Nicht, okay. So, Poly Toad wird auf jeden Fall ein Attacker überleben. Und mit Cedar Wasser besiegen wir ihn. Ich hätte nie gedacht, dass man in Gen 5 Rock Polish Lando T spielt. Egal. Hier können wir Schutzschild drücken, um zu scouten, was der Gegner tut. HP Grass, dafür haben wir unser Thunderous. Gut, und wir drücken einfach mal Donner. Oder wir drücken einmal vielleicht HPI, so kein Meter groß kommt rein. Hier gehen wir dann gleich auf Donner. Ich dachte mir, vielleicht bleibt er drinnen und wir würden vielleicht overpredikten. Denn wenn er hier HPI drückt und schneller ist, können wir kein Subnet legen. So, Keldio kommt rein und Surfer der Maul, würde ich mal sagen. Gut, hier können wir in Latios gehen. Was ist da für eine HP? HP Grass ist es nicht sehr effektiv auf Thunderous. Grass. Flying. Flying für Keldio? Ach, Stab kann ich mir vorstellen. Und für Keldio zum Beispiel. Gut, wir gehen in Tentacrowl und drücken Scald. Wie viel Schaden machen wir gegen Scrafty Crit? Der war vielleicht nicht Toxin, sondern Scald. Wir könnten uns schon mal den nächsten Gegner suchen. Wenn noch ein Tee, einen Gegner mit diesem Regenteam suchen. In den letzten Parts, wie wir schon mal Trend 5 gespielt haben, haben wir schon mal ein Sandstorm Team mit Pixie verwendet. Das war auch schnieke. Das war auch cool. ZI, der ist Scarth. Warte mal. Besiegt er mich ist? Nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Der ist Scarth. Ich bin so dumm. Okay. Okay, Gen 5 spielen wir nicht mehr, wie heute, hm hm. Oh, was ist denn gerade los mit mir? Ich überlege gerade. Das war dumm von mir. Also das ist wirklich jetzt nicht mein Part für Generation 5. So, Fortress. Dieses Pokémon können wir einschläfen, dann kann er keine Hazards mehr legen. Gut, wir sind jetzt Scarf. Ach ja, ich zeige euch schnell das Team. Gen 4 OU. Spore Scarf Coupled. Agility, also Agilität Empoleon. Verfolgung Despoter, Bulki. Ein Offensives Heatran mit den Rocks. Ein Choice Bexylatias. Und ein Anti-Elektro-Beer-Garados. Wegen den Heatran. Das Ding ist aufgewacht, natürlich. Natürlich. Fireblast. Killt das Pokémon sehr schön. Also passt das. Wir können noch ein Pokémon einschläfen, das ist auch gut. Empoleon haben wir eine Sugarberry? Nein. Das tun wir hier. Hm. Ich könnte die Rocks legen, ich könnte hier Earth powern, um es anzuchippen. Wir gehen in den Empoleon raus. Aquachet 0 Lull. Dann gehen wir auf Agility. Oder könnt ihr da? Wir gehen auf Cressnut. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass der Avalanche, der ist physisch. Okay, wir gehen mal auf. Okay, der Gegner gab auf. Ich dachte mir, dass er vielleicht Erdbeben hätte, Schwertanz, Agility, Empoleon oder Schwertanz oder nur Agility. Auf jeden Fall, dass er ein physisches Empoleon ist. Obwohl mit Avalanche den höchsten Schwertanz. Ja. Also Lawine hat ja eine Minus-Prio. Auf jeden Fall Interessant. So, der Gegner lead ihn mit DanceGarm. Hier drücken wir Spore. Bitte keine Lamm. Danke. Sehr schön. Wir gehen in Heatran. Er geht eben mit Champ. Ich könnte hier schön explodieren. Oder wir drücken Fireblast einfach. Und burnen das Ding. Oder auch nichts. Okay, ich dachte, dass sich rauswechseln ist. Dann war das ja perfekt. Heatran. Okay. Gut. Wir gehen auf Earth Power. Er geht auf die Rocks. Er hat keine Antibodenbeere. Damit ist das ein One-Shot. Gut. Hier gehen wir jetzt einfach mal in den Polium. Predicted Surfer. Ikki, was ist denn das für Latias? Lol. Toll. Wir gehen auf Ice Beam. Da würde ich, da, ehrlich gesagt, da würde ich dann eher lieber, so, Teeter, Pursuit, da würde ich dann eher lieber HP Crown spielen als Erdbeben. Ist das ein physisches Latias? Ein Breloom. Fireblast. Magpunch killt mich. Okay. Gut. Wir gehen in Latias und drücken einfach mal Drachenpuls. Skarm. Das müsste trotzdem ein Two-Shot sein. Ja, es ist sogar ein Two-Shot. Er trägt vielleicht Shed Shell. Gut. Rot zum Froster. Wechseln wir raus in Heatran. Spukball. Macht nicht wirklich Schaden. Wir haben die Überreste. Sehr schön. Gehen hier auf Feuersturm. Disc Charge. Bitte keine Para. Sehr gut. So. Perfekt. Und wir können die Rocks rauslegen und er stirbt dann durch den Burn. Auch wenn die Rocks gegen zwei Fighting Types nichts hilft. So. Hier gehen wir auf Fireblast. Magpunch killt mich nicht mal. Was mich überrascht. Aber okay. Dann suchen wir noch einen Gen-4 Gegner. Aber Erdbeben Latias. Ist bis jetzt das Interessanteste. Okay. Und der hatte sogar 1344 Punkte. Also. Ja. Wirklich. Sehr interessantes Set von Latias. So. Ich weiß nicht gerade. Aber irgendwie ist gerade Gen-3 etwas beliebter. als früher. Sonst war das jetzt nicht die beliebste Gen. Okay. Dann finden wir. Dann suche ich mal einen Gegner. So. Wir haben einen Gegner gefunden. Erledigt mit Scam. Wir gehen hier auf Spore. Aber. Ja. Der Grund warum wir jetzt wahrscheinlich mehrere Scarabons sehen. Hm. BKC oder wie heißt er nochmal. Ja. So heißt er. macht ja auch so eine ähnliche Reihe wie ich. Und. Der habe ich so einen Panzerons-Sack gesehen. So. Hier boomen wir uns gleich. Garados darf man nie unterschätzen. Gut. Das Problem ist. Wir haben. Keinen weiteren. Choice Scarab. Ja. Wir gehen in den Poli. Und drücken Ice Beam. Wir haben eine Antibodenbeere. Das ist ja eigentlich das eine. Der Crit. Der meddelt natürlich. Da kann ich jetzt nichts tun. Dann gehen wir in Prelude. Und drücken Seed Bomb. Okay. Wir sind sogar schneller. LOL. Schade dass wir ein Podion nicht mehr haben. Treffen wir das Panzerons noch irgendwie gut? So. Despoter haben wir noch Latias und ein Garados. Zum Glück ist das Panzerons eingeschläfert. Panzerons gehört ja auch wieder in Gen 4 zu den besten Pokémon. Ich glaube ich muss mal ein Video machen. Wo ich die verschiedenen Y-Buildy Rankings der letzten Generationen mir ansiehe. So. Hier gehen wir in Garados. Meteor Mesh macht guten Schaden. Hier gehen wir einfach mal auf 3D Dance. So. Wir haben den Iron Ball. Und ich merke gerade. Hier gehen wir auf Erdbeben. Und das ist kein totes Metagross. E.Q. Tank mehr. Hier gehen wir auf Waterfall. Wenn er seinen Metagross behalten will. Iron Ball Metagross. Hat man vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr öfters gesehen. Und jetzt sieht man das jetzt nicht mehr so oft. Kommt jetzt aus der Mode. Finde ich zumindest. Oder ich sehe das Ding auf der Ladder nicht mehr so oft. Das kann natürlich auch sein. Trachtens Garados hilft uns jetzt nicht mehr so weiter. Hm. Dann muss wahrscheinlich unser Choice Bexylatius unser MVP werden. So. Zitter kommt rein. Der ist wahrscheinlich schneller. Crunch. Okay. Das ist ein D-Dance-Set vielleicht. So. Wir gehen in Prelude. Drücken Super Power. Er geht in Scrum. Okay. Wie viel Schaden machen wir hier? 50%. Okay. Wir gehen in Latias. Und drücken hier. Trick. So. Jetzt gehen wir in Tita. Aus dem einfachen Grund, wenn das Panzer Aeron stirbt durch Latias kann er mich drappen. Toxin. Okay. Das ist mir egal. Hier gehen wir auf Fireblast und killen nicht mal das Panzer Aeron. Okay. Okay. Dann gehen wir hier auf die Stone Edge. Obwohl. Ah. Das ist wie der Opfer dieses Ding. Aber ich finde jetzt fast jedes Team muss eigentlich einen Despotar im Team haben. Gut. Bitte D-Dance. Okay. Wir sind immer noch schneller. Super Power. Weg mit dir. Okay. Okay. Keine Ahnung die Kampf wäre. Aber ich finde jedes Team braucht einen Despotar. Egal. Choice Band. Scarf. D-Dance. Egal. Es ist einfach. Es hat einfach so eine gute defensive Utility. Okay. Scarf. Zieht habe ich. Habe ich das Ding schon mal in Gen 4 gespielt? Weiß ich gerade nicht. Weiß ich gerade nicht. So. Scarf Ligon. ist das ein GG? Ja. Okay. Jetzt muss ich in Tita gehen. Crunch. Outrage werden wir einen überleben. Gut. Warte mal. Jetzt gehen wir einfach mal auf Pursuit wenn er raus wechseln will. Holy Shit. Eine sehr gute Prediction. Und sein letztes Pokémon ist Stami. Hier crunchen wir einfach mal. Dann sehen wir gleich ob das Live Orb ist. So. Latias. Draco Meteor. Diese Attacke tanken und Draco Meteor trifft. Und somit haben wir diesen Kampf gewonnen. Sehr schön. Gut. Und ich muss sagen. Choice Graf Latias gefällt mir immer noch meistens als so ein defensives Latias. Oder so ein Choice Becks Latias. Gut. Jetzt spielen wir schon 6. Wir haben hier ein offensives Megaklura GY. Ein Verfolgungstiter mit Antikampfbeere. Eher speziell defensiv. Dann hätten wir noch ein offensives Excadrill. Physisch defensives Slowbro. Ein offensives Sepi Royale. Und ein Choice Graf. Lanrus T. Eher ein offensiveres Team. Ich sehe. Er hat sehr viele physische Mons. Und Slowbro gefällt das sicher. Gut. Wir leaden mit Serpi Royale. Der wird auf jeden Fall mit Frostless leaden. Wir sind schneller. Können einmal zweimal. Oder warte mal. Hier. Ah. Blizzard. Okay. Oh. Wir treffen natürlich nicht. Und er schwund so. Flamethrower. Aber ich hätte hier nicht den Despoter gehen sollen. Und jetzt drückt der Destiny Bond. Oder Taunt. Passt auch. So. Wir gehen in Tita. Vielleicht drückt der Destiny Bond. Er stirbt durch den Sandsturm zumindest. Gut. So. Hier gehen wir einfach mal in. Als ersten Rundmann ist nicht gut gespielt. Egal. Hier gehen wir in Slowbro. Hoffentlich. Burnt mich nicht. Nein. So. Hier kann ich immer T-Wave drücken eigentlich. Crunch. Gut. Wir gehen nun in mal. Wir gehen jetzt mal in Lando T. Gut. Und wir U-turnen hier raus. Gut. Perfekt. So. Jetzt gehen wir. In Slowbro. Drücken. Eistrahl. Zum Glück haben wir schon die Multischuppe von diesem Pokémon gepraakt. Outrage. Dann verliert er sein Tragoran. Das ist schön. Wir haben auch Regenerator. Das ist sehr gut. Das Optimale für uns ist halt. Dass er eigentlich nur physisch offensive Pokémon hatte. Und deshalb. War das besser für uns. Das speziell defensive Pokémon muss Tita. D-War sein in Anführungszeichen. Sonst müssen wir ja eher offensiv spielen. Und zunächst Gegner. Scherox. Weeval. Serpy Royale. Tail of Flame. X-Krill. Und Slowbro. Gut. Wir fangen mit Lando T auf jeden Fall an. So. Fiaro könnte ein Problem sein. Der hat auch wieder sehr viele physische Pokémon. Aber Scherox und Weeval. Da will ich jetzt nicht wirklich Lamos rein switchen. Auch wenn der Regenerator ist. Ist Slowbro eigentlich in OU? Ja. Wie viele Pokémon sind eigentlich im UU? Okay. Wie viele sind im UU BL? Sehr viele. Okay. So. Der Gegner liegt mit Tail of Flame. Okay. Wir gehen hier einfach mal auf U-Turn. Äh. Geht in Nexcadrill. Okay. Das müsste eine Offensive sein. So. Wir gehen hier in Slowbro. Drücken hier Surfer. Da könnte ja Sky. Okay. Der ist Überreste. Überreste. Das weiß ich das nächste Mal. Wenn ich. Mein. Charizard hier rein holen würde. So. Der hat den Ajax-Button. Jetzt kann er einfach mal Fruity Serpy Royale rein holen. Einen Nexcadrill werden mit tanken. Okay. Der geht auf Delegator. Oh. Das ist dumm. Hm. Okay. Jetzt muss ich mal weiter nachdenken. So. Hier drückt mir Ice Beam. Ich brauche hier einen Save-Switch. Okay. Okay. So. Jetzt gehen wir in... Ah. Der wird HP. Hat der HP Rock? Wahrscheinlich. So. Hat der Gegner HP Rock oder nicht? Nein. Der hat nicht HP Rock. Also hätte ich Slowbro jetzt nicht opfern müssen. Schade. Egal. Mal. So. Hier gehen wir einfach mal auf Slow-Ola-Beam und können Slowbro besiegen. Das ist sehr gut für unser Stahlobor. So. Fiaro ist ein kleines Problem für unser Stahlobor. Oh. Oh. Ja. Gut. Wir haben jetzt nicht wirklich viel um Fiaro zu treffen. So. Ich glaube ich bleibe hier sogar drinnen Brave Bird. So zieht er. Gut. Der ist Bandit. Wir gehen auf Pursuit. Excadrill. Yay. Jetzt gehen wir in Lando. Also wenn es dann Seppiel Royale ist dann noch einmal rein holt. Warte mal. Ich will hier die Rocks legen. Ich muss hier die Rocks legen. Und retanken mir solange kein Flinch kommt ist alles in Ordnung. Wir gehen in Lando. Oh. Das tut weh. Gut. So. Hier gehen wir einfach mal auf Knock Off. Nein. Hier gehe ich auf die U-Turn ehrlich gesagt. Mann. Hätten wir die Rocks raus bekommen wäre Lann und Stahlobor so gut. Die U-Turn reicht nicht aus Damage. So. Wir gehen in Tita und drücken Pursuit. So hat das gegnerische Excarp Mode Breaker ja. Könnten wir Tita für den Sanctum Set noch gebrauchen. Eigentlich schon. Wie weil. Hier gehen wir in Cerperia. So ist der Live Up. Choice Bandit. So. Wir gehen hier auf Claire. Knock Off. Gut. Wir gehen nun in Tita. Und Rocks leiden hier. Knock Off. Ah. Die Attacke tankt mir nicht damit. So. Excarral. Hier können wir auf Schwertanz gehen. Das Ding will er safe noch aufbewahren. Da bin ich mir sicher. So. Okay. Der geht in Cerper Royale. Jetzt brauchen wir halt ein paar Flinches. Würde man hier jetzt auch schon den Rapid Spin Boost bekommen wäre das so gut gewesen. Aber leider nicht. Okay. Weg mit dir. Sehr schön. So. Wir werden dann noch ein Gen 6 Battle spielen. Mit dem gleichen Team. So. Excar. Wir sind auf jeden Fall schneller. Er will kein EQ abbekommen. Weg mit dir. Sehr schön. Ziffer kommt rein. Ziffer kommt rein. So. Mein Problem ist, dass Eyeshot dann von Weeval ausreicht. Na. Weeval kann mich jetzt mit dem Eyeshot besiegen. Okay. Das ist jetzt nicht mein bester Part. Das muss ich schon sagen. Egal. So. Gut. Der wird Eyeshot haben. Oder? Warum überlegt er so lange? Egal. So. Der nächste hat Gardevoir wahrscheinlich mega gut. Gardevoir. Gardshund Magnusson. Tornado Steve Pheron Volcanion. Guuuut. Okay. Mal überlegen. Die Rocks kann er, kann er sie überhaupt empfernen. So. Magnusson bringt ihm hier es nicht wirklich viel. Außer der ist Scarf. Und dann, nur wenn der Sand nicht draußen ist. Gut. Der wird mit Chump leaden glaube ich mal. Land-O-T, Scarf-Land-O-T ist denke ich immer ein guter Lied. So, hier gehen wir Pferdbeben. Okay, Aisha kill mich. Warum hat der dann schon lange überlegt? Egal, wir suchen uns dann noch ein HO-Team. Vielleicht gibt es da ein interessantes, auf was ich Lust habe. Auf so Screens, Fiesta habe ich jetzt nicht wirklich Lust. So, Waps. Da muss ich mir wahrscheinlich selber ein Team bauen. Egal, Thorn. Okay, wir haben zumindest Volcanium. Besiegt er das ist perfekt. So. Normalerweise kann der nichts gegen Charizard machen. Newton, ja. Mehr eigentlich nicht. Gut. Jump. Da gehen wir in Slowbro. Ja, dann können wir mit dem Ice Beam fretten. Die Rocks sind dumm, das auf jeden Fall. Wir gehen gleich in Excadrill. So, dann gehen wir auf Rapid Spin. Die Spikes sind mir komplett egal. Okay, Charm. Perfekt. Jo, so. Oder auch nicht. Der hat ein Rock-Gil mit auch noch Dammit. So, Land O.T. Ja, hier gehen wir auf HP Ice. So. Wir gehen in Serpy Royale. Der wird nicht auf T-Wave gehen. Der wird nicht auf T-Wave gehen. Power Whip. Ja, jetzt gehen wir auf Taunt. Predikten. T-Wave. Power Whip. Spikes. T-Wave Unleashed. Sieht oder Gyro Ball. Power Whip. Okay, so. Wir gehen auf Leaf Storm. Machen nichts. Keinen Schaden. Aber HP Fire macht sehr guten Schaden. So, Leaf Storm reicht vielleicht nicht aus. Deshalb gehen wir auf HP Fire. So, hier drücken wir Claire. Wenn wir schneller sind, nein. Aber wir haben Farrow gut angechippt. Das ist sehr gut für unser Stahlobohr. Und für unser Lando auch. Natürlich. So, wie viele haben wir mit HP Ice gemacht gegen dieses Farrow? 10% hat der Lefty. Okay, dann können wir nicht einfach so nochmal HP Ice drücken. So, wir gehen in Slowbro und drücken Ice Beam. Oder wir drücken wir drücken Siedwasser. Gardeur kommt rein. Okay. Vielleicht wird er ja gebrannt. Schade. So, jetzt gehen wir aber in Cherry Sword. Der tankt eine Feenattacke. Der ist bulky. Oder auch nicht. So, wir gehen in Lando und drücken Niki oder U-Turn. HP Ice. Wir drücken Knock. Thorn kommt rein. Okay. Die Offensive ist down. Die braucht ihr eigentlich eh nicht. So, die Rocks sind mir jetzt eigentlich egal. Der wird nicht Ice Wind haben. Da bin ich mir sicher. Okay, Knock. Gut. Okay. So. Es ist eher schneller. Das ist das gute Frage. Ist das gut? Fragezeichen. Eigentlich nicht. Egal. Ich gehe hier auf RP, ehrlich gesagt. Ah, dammit. Okay. Wir gehen in Tita. Ich gehe jetzt auf die U-Turn. Okay, ich spiele gerade schlecht. So, HP Ice. Asperia Target tanken wundet mich und wir freezen den. Okay. So, die Rocks können mir noch entfernen. Ice Beam. Weg mit dir. So, ich hätte Lamos vielleicht schon früher wegwerfen sollen. Fällt mir auf so Slowbro. Gut. T-Wave. Hypervoice. Ja, X-Cardole kommt rein. Hier werden wir Rapid Spinning. Okay, ja. Was habe ich falsch gemacht? Slowbro zu lange gehalten. So, EQ. Gut. Wir haben noch eine kleine Chance. Man merkt auch, dass Stallopfer wirklich der besten Pokémon ist. Und schon sechs. So, Magnus und EQ. Okay, das hat der Gegner gut gemacht. Perfekt. So, jetzt holen wir Tita rein. Heatwaves. So, X-Cardole. Iron hat flinched dem All. Heißt es nun. Okay, das Game haben wir verloren. Hätten wir flinch bekommen, hätten wir das Game gewonnen. Leider haben wir die 30% Chance nicht bekommen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat der Park gefallen. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Tschau. Vielen Dank.